Was ist jetzt hier unten da? Warte mal hin, ne hier. Sklave. Na, wehe. Das ist so ein Kunde, ey. Alter! Boah, ich hab mich in die Hose geschissen. Willst du da rein, ne? Halt, halt. Odi, nein, ne? Na los, geh. Mir vertraust du doch, Odi. Na klar, vertraue ich dir. Halt! Okay, wir haben uns noch, Revolver. Dankeschön. Odi. Ja, bitte? Alter, ich hab mich in meinem Leben noch nie so angekackt. Alter, ich hab mir in die Hose geschissen. Guck mal, wir haben gerade begafft. Da hinten. Kopfschuss. Kopfschuss, down. Hau ab. Oh, du miesere. Du Arschgebot. Wurdest jetzt wirklich ein kleines? Du kleines Arsch. Ah. Tja. Hm? Was? Bringt dir nichts. Ah, guck mal, guck mal, guck mal, offen, oh, was auf. Hier, nimm mal. Soll ich dich reindrücken, oder was? Alles offen. Ich drück dich mal rein. Ich schwör's, die da ist alles. Da liegt ein Körper. Ja. Der schläft. Warte, wo die... Geht's? Hm. Ah, hier vorne ist ein Flammenwerfer. Warte, gehen wir weg. Häng fest. Ich auch. So, jetzt. Aber man schießt dir denn den Schläfer nicht. Stimmt, der kann sich durchhacken, da. Könnt ihr mir hochspringen? Da kriegen wir hin. Na, Lust auf Raiden? Ja, also wenn's mit Sperren ist, gerne. Na dann, let's go. Okay, dann halte ich auch schon. Was ist jetzt hier unten da? Warte mal hin, ne hier. Sklave. Na, wer? Das ist so ein Kunde, ey. Noch drei. Noch drei. Zwei. Und 300. Warte mal, vielleicht kann ich den Flammenwerfer, äh, triggern. Von 300. Auf 300? Gegner? Scheiß Odi. Oh, shit. Shit. Guck erstmal, ob hier was drinne ist. Fähre, ganz viele. Vielleicht lohnt's er gar nicht. Ah, hier ist alles leer. Oh, hier läuft nichts. Hit. Hit. Ja, und ab. Also ist nix drinne. Oh doch, SMG. Oh, hier doch, warte mal. Ja, das war's. Ein paar Komponenten. Hier und ein paar Bögen noch hier. Handlanger? Ja. Danke dir. Ah, HZ-Berger. Den hatten wir doch jetzt schon mal am Wickel gehabt, den Jungen. Äh, Feuerfeiler habe ich gefunden. Geil. Einhofkasten. Fenstergitter. Das war's. Der Rest ist nur die Fax. Tschau. Gut. Komm raus hier. Die Jungs waren bestimmt voll, ey. Ja, die kommen schon wieder. Na los. Kommt er? Ach. Die klauen die Kürbisse. Sind die da bei uns? Mhm. Jetzt haut er nach links ab. Ist nur einer gewesen. Zwei. Drei. Okay, dann lass. Bring mir erstmal das Zeug weg. Dann können wir immer noch anfangen zu fighten. Da, da vorne. Ja, ja. Mensch, ich bring dir das Zeug erstmal weg. Warte doch. Mach ruhig. Bin bei dir. Oh Gott. Platz irgendwo hier. Ich hab's. Ähm. Ich komme. Einer down. Ich bin down. Fuck. Ich seh halt nicht wo. Der heißt Baba. Ich hab ihn tot. Der mit der Waffe. Aber es kommen noch mehr. Von links. Von links. Ach komm, Alter. Der scheiß Baum hier. Mach bitte. Ach, ich bin down. Ich bin auch down. Ach, zu dir. All weggebracht. Zum Glück, zum Glück, zum Glück, zum Glück. Gleich kommen sie ja her. Mal gucken. Ich schluck sie, ich schluck sie. Ja. Warte, ich muss schnell einen Bogen. Haben wir mal ein paar Pfeile irgendwo? Nee, die kommen nicht, wo die. Kommen nicht? Nein. Schade. Komm, komm, komm. Doch. Jetzt kommen sie doch. Weiß ich nicht. Mensch, haben wir denn hier keine Pfeile oder so, Alter? Doch, die kommen, die kommen, die kommen. Okay, nice. Tür auf, Tür auf, Tür. Tür ist offen. Glaube ich. Ist nicht offen. Mach auf. Warte, warte, warte. Mach auf. Mach du jetzt so, als ob du mich blockst. Genau. Gut. Genauso wollte ich das auch haben. Die kommen rein. Oh, die schießt, der ist auf. Der kommt. Der kommt nicht. Der ist beaimt. Der ist in der Tür jetzt. Ich loop dauerl. Ich hab mich einfach dahinter versteckt und er ist immer näher gekommen. Sind jetzt beide down? Nur er, nee. Der einer. Schleich mich an, um zuzumachen. Ist schon zu. Hab doch schon zugemacht. Okay, wo ist der andere? Ist ja nackig. Nee, der ist ja nackig. Ich dachte, der hat einen Belut bei gehabt. Hat er auch. Den hab ich doch gerade aufgesammelt. Ach so, randvoll oder was? Nee, nee. Kleidung, Bogen, bisschen Stoff. Spieler. Warte, jetzt bei uns? Ich hab eigentlich zur Ruhe hier. Wo denn? Links, rechts, draußen, oben? Bei 30. Ja, 30. Die Straße runter. Oh Gott. Hab die Tür aufgelassen bei uns, ne? Warum rennt er dann, wenn er nichts hat? Das ist die Frage. Wenn ich nichts hab, dann bleib ich stehen. Ich nicht. Der hat noch was in der Hand. Das sieht aus wie ne Pistole. Ich hatte auch ne EOK. Krass. Ich seh' nicht mehr. Da, ich seh' noch. Auf 70. Mal vergehen wir hier in der Wüste immer richtig viele HP. Kann das sein? Keine Ahnung. War voll mit HP und dann stand da, ich bin überhitzt. Das Schwein greift ihn an. Ja. Alter. Boah, ich hab mir in die Hose geschissen. Dünnste, euer war's. Banditenkämpf. Scheiße. Ah, das war schlau gemacht jetzt, ja. Ich hab mir in die Hose geschissen. Ich schiss nur kurz auf der Bette. Ich muss nicht. Ich muss mal. Drei Spieler, drei Spieler. Nein. Ah, you rage. You rage here, you rage here, you rage here, you rage here, you rage here. Und Boys, alles fit? Oh, die, die haben Nachbarn da drüben. Soll ich euch einen Revo craften? Fuck, wat? Wir haben keinen Revo. Soll ich euch einen Revo craften? Ja, 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 ja. Soll ich euch einen craften? Ja, 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 ja. Easy, piece. Let me in the putz. Fittst du da rein, ja? Halt, halt, halt. Odi, nein, ne? Ja, boi. Na los, geht. Mir vertraust du doch, Odi. Na klar, vertraue ich dir. HALP! Okay, wir haben unsere Revolver, dankeschön. Oh, jetzt ist er voll. Kriegen wir den Stuff wieder? Ja, na klar kriegt er ihn wieder, warte. Odi. Hm? Der soll uns Revo craften. Ja, ich hab doch jetzt seinen Einbehalten. Ist das dein Ernst? Ja. Na ja, ob er nur uns gekräftet oder uns ein kippt, ist doch egal. Odi. Odi. Ja, bitte? Alter, ich hab mich in meinem Leben noch nie so angekackt, Alter. Ich hab mir in die Hose geschenkt. Odi und unsere Nachbarn gucken uns an vom Fenster aus. Guck mal, wir haben gerade begafft da hinten. Kopfschuss. Kopfschuss, down. Ah. Alter, hier sind zwei Spieler, geh weg. Einen hab ich gehittet. Ich hab ihren auch gehittet, aber er mich auch. Nochmal. Einer ist down. Ich muss mich hochheilen. Ich bin echt am Arsch gerade. Hier drauf. Einen hab ich gefinisht. Oh, zwei sind. Es sind drei insgesamt draußen. Ich bin da drauf. Odi, warte ab. Der kommt. Der kommt rein. Lass dich töten. Warum machst du den Tür zu? Weil ich ihn einsperren wollte. Nein. Hast du die Artenbrust, Odi? Ja, hab ich, hab ich. Gib her. Warte, warte, warte. Einer ist down. Ja, hier. Ja, der ist down, der eine. Hab noch einen down. Alle down? Ja, alle down. Ja. Oha. Odi, guck den Loot an. Oha. Komm mal rein. Einbringen. Warte, komm. Warte, ich... Was haben wir noch? Schnau ein? Ah, scheiße, zeig her. Wo? Da ist es schon der. Hohoho. Geil. Nice. Nein, ich fall gleich um. Scheiße. Schnau rein. Bandagieren. Ah, umgekippt. Ah, Spieler. Hit. Rechts, rechts. Äh, was ist das Problem? Was ist das für eine Frage? Happen. Toll. Der hat sogar Sprengmonie. Willst du dich verarschen? 175 Schrott. Kühlschrank. Guck mal, die Base, Odi, an. Warte, warte. Kann der einen Rest hier nehmen? Ja, alles wegfluten und wieder zurück. Halt mal. Ach so, ah. Ah, herrlich. Ah. Wie viel Schaden hast du gekriegt? 50. Ohoho. Wittert noch was, oder? Soll ich dich anschieben? Hau ab. Oh, du miesere. Du Arschgeburt. Würdest du jetzt wirklich? Du kleines. Du kleines Arsch. Ha, 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 ha. Das war's.